Herzlich Willkommen hier im Y-Side Shop. Heute die Uli an der Kamera und ich der Ben hier im Y-Side Shop und wir präsentieren euch heute eine riesen Auswahl an unseren Schablonen. Sorge es nicht für Möglichkeiten, Schablonen sind ein heißes Thema. Ich als Profilisprüher wundere mich ein wenig. Ja, nein nicht wirklich, ich mache ja auch Aufträge und ich weiß die Vorzüge einer Schablone zu genießen, äh zu nutzen oder ja und sonst wie. Schaut euch mal um hier, wir haben eine riesen Auswahl und zwar von kleinen Tierchen, Fischchen und Giraffen und Vögelchen, alles das. Da fragt man sich, was will ich mit dem Schwott? Nein, das ist super. Zum Beispiel hatte ich letztes Mal so einen kleinen Auftrag mit Meer und Vier und Fische und hin und hin und her und im Hintergrund wird man immer kleine Fischchen haben und die müssen natürlich auch detailgerecht sein. Aber man will auch nicht stundenlang an so einen kleinen Fisch stehen und immer wieder kacken und gegenschneiden und kacken und gegenschneiden. Scheiß drauf. Da mache ich mir eine Schablone, ich brühe das einmal an und fertig. So, das habe ich bis jetzt immer selber gemacht. Jetzt gibt es das schon fertig. Wow! Zeit gespart und wer weiß, Zeit ist Geld. So, und dann haben wir wieder noch Totenköpfe, wir haben Rapper, wir haben hier heiße Mädchen aus den 50ern. Ah, ja, ja. Und wir haben hier, ganz geil, Icons. Icons, super gut. Ich zum Beispiel nehme hier immer das Instagram-Logo und mache dann meinen Namen hin. Ja, auch mit Schablone, die zeige ich euch gleich. Joli an der Kamera läuft mit ihr. Auf jeden Fall, nach dem 25. Take, wiederhole ich mich nochmal, wir haben auch noch andere Muster. Karos, Dreiecke, Leoparden, Sträuche, Feuer, Flammen, Buchstaben, Zahlen und sonst für den Scheiß. Und für den Writer, der sagt, ach Mann, Ben, Alter, was soll ich mit dem ganzen vorgefertigten Scheiß, Alter. Für die haben wir auch was. Da gucken wir jetzt in die Kiste. So, und wir haben... Ah, da fallen meine Dosen. Also, wir haben hier einfach nur Schablonenfolie ohne was, die könnt ihr dann selber zuschneiden, so wie ihr sie braucht. Und zwar sind also A3 Blätter, oder Folien aus Kunststoff, A3 extra zu besprühen, fünfmal, ja, im Set, wunderbar. Dann gibt es das gleiche auch nochmal als A4, boom. Dann gibt es das gleiche nochmal als A5, boom, boom, ja. Und dann haben wir auch noch kleine Schablonen, und zwar hier Zahlen, ja, Zahlen, Buchstaben in groß und in klein. Und wofür sind die geeignet, hm? Richtig. Hier ist zum Beispiel für das Icon. Da kannst du wunderbar daneben deine Adresse machen. Ja, und das war's wieder aus dem Whitesiteshop. Ich muss schon ans Telefon. Euer Ben. Peace! 1, 2, 1. 3, 2, 1 heißt das. Und dann geht's los. 3, 2, 1. Und jetzt geht's los, heißt das. Nein, das ist falsch. 3, 2, 1. Dann fang ich an. 3, 2, 1. Und dann fang ich an. Arr. Ja. Und dann fang ich an.